Ich muss draussen sein. Ich muss mich bewegen und etwas mit den Händen machen. Und so möchte ich sehen, was ich geleistet habe. Genau das hatte ich als Zimmermann. Dass es mir selbst mal zum Grimm gereicht, mit dem hätte ich nie gerechnet. Aber durch einen Bandscheibenvorfall musste ich meinen Beruf an den Nagel hängen. Die Eiffel hat mir dann eine Umschulung an der Stiftung WQ empfohlen. Die sei speziell ausgerichtet für Hölzungen. So bin ich ein B. Zum Glück war ich nicht alleine. Hey! Zusammen mit anderen Zimmerleuten und Schreiner haben wir die Umschulung in Angriff genommen. Tatsächlich ist viel Neues auf mich zukommen und es hat mich auch gebraucht. Aber meine bisherige Berufserfahrung war eine gute Basis und dank dem projektorientierten Unterricht sind wir abwechslungsrecht geblieben. Und dass ich als Zimmermann mal Schreinerprojekte planen das hätte ich mir auch nie träumen lassen. Es war nicht immer einfach mit diesem Computerzeug. Und ich musste manchmal beissen. Aber ich habe mich reingekneuntlet, war offen für alles und ich habe es durchgezogen. Mit Holz habe ich immer noch zu tun. Jetzt einfach in der Planung. Und unter uns gesagt, ganz ehrlich. Bei diesem Wetter bin ich doch lieber drin. Mit der Stiftung Weiku ist es für mich weitergegangen. Und meine beruflichen Perspektiven sind sogar besser denn je. 14. 15. 15. 16. 16.